Es dürften entspannte Ostertage gewesen sein bei Lok Leipzig. An 1 zu 1 haben sie am Karfreitag bei Hertha 2 geholt. Trainer Tomislav Piblica war gar nicht mal unzufrieden. Danach gab es drei Tage frei mit vollen Kräften. Auf ins Heimspiel gegen Viktoria Berlin war die Devise. Die Fans feierten mit schöner Choreografie die Fanfreundschaft zwischen Lok und dem Halleschen FC. Gut erholt schienen sie zu sein. Die Leipziger fanden nach zehn Minuten ins Spiel, übernahmen die Kontrolle. Attilgan mit Übersicht auf Adigo. Erste dicke Chance für Lok. Der flinke rechts außen trifft sogar noch das Aluminium. Attilgan setzt sich super durch. Und dann ist es Adigo. Da hätte es beinahe geklappt. 17. Minute. Eckball Lok durch Luca Sirch. Und Attilgan mit der Führung für Lok. Da war das 1 zu 0. Und es war verdient zu diesem Zeitpunkt. Lok hatte das Spiel im Griff. Attilgan mit viel Platz entwischt. Mohamed Meysor. Und köpft ein zu Saisontreffer Nummer 6. Osman Attilgan, der für den Rest der Saison noch wichtiger wird. Vorne im Sturmzentrum. Stürmer und Kapitän Jamal Ziyane hier in der Mitte. Er hielt unter der Woche die Diagnose Saison aus. Mit Fußverletzung aus dem Heimspiel gegen Jena. Er darf nur noch zuschauen. Und sah Viktorias gefährlichste Möglichkeit. In der 26. Minute. Mettehan Yildirim ans Lattenkreuz. Nach Vorarbeit von Julien Darmelang. Viktoria ließ es krachen. Aber sie nutzten diese Möglichkeit nicht aus. Über Mettehan Yildirim. Stattdessen wieder Lok Leipzig. Über Lukas Wilton. Den Ersatzkapitän nach dem Ziyane aus. Und dann Ballo. Mit dem Ball rücklinks in Richtung Tor gespielt auf Attilgan. Der wartet noch auf den mitgelaufenen Sürch. Florian Horenburg taucht ab. Gegen Lukas Sürch mit elf Treffern. Bester Torschütze der Leipziger. Die Lokführung hätte durchaus schon höher ausfallen können. Und nochmal die Leipziger. Mit der Balleroberung im Mittelfeld durch Abu Ballo. Der Ball über Umwege bei Attilgan. Der spielt wieder zurück auf Abu Ballo. Aber der kommt gar nicht erst zum Abschluss. Kann den Ball nicht kontrollieren. Tut sich weh in dieser Situation. Weil Viktorias Jonas Kühn von hinten kommt. Und er geht schon aktiv rein in den Mann. Schiedsrichter Eugen Ostrin ließ weiterspielen. 1 zu 0 der Pausenstand. Man hätte auch auf den Punkt zeigen können. So gut dem Leipziger Publikum die erste Hälfte gefallen haben dürfte. In den zweiten 45 Minuten. Da waren die Gäste deutlich präsenter. Dame lang. Auf Yildirim. Und der eingewechselte Skakun. Kam zur Pause rein. Erster guter Abschluss für ihn. Der Ball noch abgefälscht von Maximilian Schütt. Aber Niklas Müller, der fliegt und hat den Ball sicher. 63. 63. Minute. Wieder die Berliner. Über Kapitän Berg-Inhaler. Der hohe Ball in die Spitze. Yannis Held lässt sich da von Fong abkochen. Und dann Falcao. Ab dafür. Mit ganz viel Raum zum Traumtreffer. Und zum Ausgleich. Lukas Falcao. Das muss sein feiner, brasilianischer Fuß sein. Sein 13. Saisontreffer. Er war im Hinspiel eine der treibenden Kräfte. Zum deutlichen 5 zu 0 Erfolg. Das war für Lok Leipzig wahrscheinlich der Tiefpunkt in dieser Saison. Und von Trainer Samy Kesskin gibt es dafür den Daumen nach oben. Es läuft bereits die Schlussphase. Viktoria weiter spielbestimmend. Aber mit zu wenig Konsequenz vorm Tor. Ecke Kühn auf Batscher. Fatih Batscher zwingt Niklas Müller zur nächsten Parade. Er ärgert sich über diese vergebene Chance weiter. 1 zu 1. Drei Minuten später. 89. Minute. Zirch mit dem Ballverlust im Mittelfeld. Und dann wieder Inhala mit dem hohen Ball in die Spitze. Falcao. Ballmitnahme. Passt. Abschluss auch. Spiel gedreht. 1 zu 2. Viktoria Berlin geht in Führung durch Lukas Falcao. Aber dieser Treffer ist aus Leipziger Sicht unnötig. Es geht los beim Ballverlust von Lukas Zirch im Mittelfeld. Der das Duell gegen Hebisch verliert. Und dann sind Schütt und Held bei Falcao. Beide berühren den Ball. Keiner kann entscheidend eingreifen. Und Falcao netzt ein zum Doppelpack. Zum 14. Saisontor. Er dreht die Partie. Und schießt Viktoria zum 2 zu 1 Auswärtssieg im Bruno-Plache-Stadion. Da entladen sich alle Emotionen beim Torjubel bei Lukas Falcao und Co. Lok Leipzig gibt das Spiel in Hälfte 2 aus der Hand. Die zweite Halbzeit sah es auch gut aus. Wir hatten richtig viele Umschaltmöglichkeiten. Haben die leider nicht genutzt. Und dann entscheiden zwei Sonntagsschüsse das Spiel. Und wie gesagt, es zieht sich so ein bisschen durch die Saison, dass wir riesen Aufwand betreiben und die Gegner mit leichten Torabschlüssen dann zu Toren kommen. Die Ansprache hat dann hoffentlich den einen oder anderen wach gemacht, dass wir da eher ein bisschen aktiver rausgekommen sind. Keine gegnerische Chance zugelassen haben. Dafür aber halt auch sehr schlampig waren im letzten Drittel. Das muss man halt auch zugeben, dass da der ein oder andere unnötige Ballverlust stattfindet. Und trotz dessen machen wir halt zwei schöne Tore, muss man dazu sagen. In der ersten Hälfte sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Aber vor der zweiten Hälfte hat der Trainer nochmal die richtigen Worte gefunden. Er war nicht zufrieden mit uns und hat uns gepusht, es besser zu machen. Und das hat geholfen. Das obligatorische Siegerfoto durfte im Anschluss natürlich nicht fehlen. Viktoria Berlin ist im Fall. Kao Fieber, zwei Traumtore und eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Beschehren Viktoria den Auswärtssieg bei Lok Leipzig. Vielen Dank.